Moin moin, liebe Leute, ein ganz kurzes Erklärungsvideo und zwar zum letzten Netzmini, vielleicht habt ihr es gesehen, wenn nicht, schaut es euch an. Humble Bundle 8 ist draußen und da sind viele tolle Spiele dabei, unter anderem nämlich zum Beispiel dir, Esther, das ich im Video nicht zeigen konnte, weil es nicht gelaufen ist. Es wollte nicht starten, es hat mir eine Fehlermeldung gebracht und ich sagte noch im Video, ihr seht auch noch, das ist dasselbe T-Shirt, also ich bin gerade aufgewacht und quasi vom Rändern aufgewacht. Ich habe gerendert, geschlafen, bin aufgewacht und jetzt mache ich das Video. Ja, also es ist noch nicht lange her und ich habe mir jetzt durchgelesen, was dieser, ich habe damals gesagt, hoffentlich habt ihr kein Pech damit, wenn ihr euch das Humble Bundle kauft, dass das Spiel bei euch läuft. Vielleicht liegt es an ATI Grafikkarten, wusste ich nicht genau, liegt es nicht, also beruhigt euch, wenn ihr ATI Grafikkarten habt, daran liegt es gar nicht. Es liegt an was ganz anderem und das muss ich euch zeigen, dann werden nämlich die meisten Leute von euch wahrscheinlich Probleme bekommen. Und zwar liegt das daran, wenn ihr keinen alten 4 zu 3 Monitor habt oder einen Full HD Monitor, dann ist die Standardauflösung vom Spiel, die automatisch eingestellt wurde, nicht kompatibel zu eurem Bildschirm und das Ding läuft nicht an. Ich habe zum Beispiel einen Bildschirm, der schafft 1366x768, das reicht nicht. Und die meisten Laptop-Bildschirme laufen auch noch so, wie gesagt, wenn ihr nicht gerade einen Full HD habt. Und deswegen mache ich mal gerade meine Aufnahme für den Bildschirm an und dann zeige ich euch nämlich, wie das geht. Und bam, so, läuft. Also, umstellen könnt ihr das Ganze auf eure eigene Auflösung. So, ihr geht in euren Steam-Ordner, dann auf Steam-Apps, dann auf Common. Da sind alle eure Spiele drin, die nicht selbst von Valve sind. Und dann scrollt ihr ein bisschen runter, bis ihr Dear Esther findet, den Ordner, geht dann in den Dear Esther-Ordner, dann nochmal in den Dear Esther-Ordner und dann in den CFG-Ordner. Und in diesem befindet sich ganz unten eine Textdatei, die nennt sich VideoTXT. Die klickt ihr an und da sind ganz lustige Zeichen drin und das hier ist für euch relevant. Diese beiden Zeilen, das ist einmal Default Res und Default Res Hide. Und das ist eben genau das, was ich eben gesagt habe. Da steht normalerweise standardmäßig 1280x1024. Das ist eine 4 zu 3 Auflösung und ich glaube, so eine der besten Auflösungen, die man mit den ganzen TFTs so machen konnte. Ich glaube, da gab es nicht viel mehr. Aber die funktioniert natürlich nicht bei einem Bildschirm, der nur 768, wie bei mir jetzt, in der Höhe schafft. Da geht keine 1024, wo sollen die denn hin? Deswegen funktioniert das da nicht. Habt ihr einen Full HD Monitor, habt ihr wahrscheinlich überhaupt gar keine Probleme und könntet das Spiel sofort starten. Für alle die, die jetzt Probleme damit hatten, das müsst ihr hier umändern in eurer Auflösung. Also hier 1366x768, das ist meine Auflösung. Schaut einfach nach, welche ihr habt und tragt die da ein. Abspeichern, einmal hier so klick, 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 abgespeichert und dann sollte das laufen. Bei mir ist es jetzt auch gelaufen. Und ja, um das jetzt noch hinten dran zu hängen für, naja, da das Video ja, da das Spiel nicht im Video war, im Humble Bundle. Ja, ist okay, ist kein Horrorspiel, wie ich zuerst gedacht habe. Ist mehr so eine erzählte Geschichte vom Hintergrundsprecher und man selbst läuft dann so quasi ziemlich handlungslos durch die Welt. Man kann quasi nur gehen, ohne irgendwas anderes zu machen und läuft quasi durch diese Welt. Und je weiter man kommt, desto mehr erzählt der Sprecher darüber, was gerade in dem Kopf vorgeht. Ich hab's nur fünf Minuten gespielt. Es soll wohl auch nicht viel Spiel drin stecken. Also, naja, schauen wir mal. Fakt ist aber, das Spiel gibt's ja für quasi nix, weil man kann ja das bezahlen, was man will. Und so bekommt ihr es auch zum Laufen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.